Musik Dass es, glaube ich, keinen einzigen freundlichen Mitarbeiter in der BVG gibt. Und das ist kein Klischee. Wir sind einfach alle per se unhöflich. Ich finde das Klischee stimmig. Weil eigentlich sind alle Menschen gefreundlich. Ja, Techno und Curvy Wurst. Ziemlich kaputtes Nachtleben. Musik Multikulti. Multikulti. Also ich würde annehmen vom Bild hier, dass hier der Auslandanteil höher ist als in München oder ähnliches, einfach weil sie die Hauptstadt ist. Aber ich kann es dann nicht bestätigen. Ich habe immer gehört, dass Berlin ein Ort für Hipsters ist. Also eine sehr alternative Stadt. Ohne Scheiß, überall Leute mit langen Bart und Tonwoll. Lachen wir aus, das hat Zicky aus. Es ist ja auch immer noch ein bisschen. Es ist ja auch immer ein Transport, das U-Bahn und S-Bahn und alle die Verbände und die Schmerzen. Es hat eine sehr typische, dieses, 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 you know, metal-isch, kind of warm. Ja. Weird, but also always there. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das, das war. Es war schon immer wieder. Ich weiß nicht wirklich sehr. Ich weiß nicht, das war schon. Das war's gerade mal wieder. Ich weiß nicht, das war schon. Genau, vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das war schon. Was war schon. R Projekt mir naprawdę. Und wie geht's nicht. sondern die Idee.